Hallo, guten Tag, mein Name ist Wolfgang Hennis, viele kennen mich bestimmt, ich bin hier aus der Praxis im Reißerstift mit unserem Team zusammen, möchten wir uns hier vorstellen und möchte Ihnen sagen, dass wir immer für Sie da waren, schon seit 14 Jahren, zu der gewohnten Öffnungsseite, auch jetzt in der Corona-Seite. Wir haben seit jeher die gewohnten Hygienestandards, jetzt in der Zeit noch erhöht mit Desinfektion und Mundschutz, Sie brauchen sich also keine Gedanken machen, zwecks Ansteckung, ich möchte Sie nur bitten, hier auch mit Mundschutz zu erscheinen und Ihr eigenes Handtuch mitzubringen. Gucken Sie vorbei, wir achten auf die Abstandsregelung und sind wie gewohnt für Sie da. Wir machen unsere gewohnte Therapie, wie schon seit, wie gesagt, 14 Jahren. Die Schwerpunkte sind in der Neurologie, in der Chirurgie, mit Manueller-Therapie, mit Probat-Therapie und rufen Sie an, wenn Sie einen Termin brauchen, dass Sie den Termin telefonisch vereinbaren oder einfach eine Nachricht auf den Anrufbeantworter, wir rufen Sie auf jeden Fall zurück. Vielen Dank.